So, aber beim zweiten Punkt könnte es schwerer werden, da müssen wir überlegen, dann werden die wahrscheinlich mit zweimal Bastion-Countern oder so'n Scheiß. Ja, zweiten Punkt holen wir einfach normal. Bastion ist scheißegal bei der E. Ja, wie gesagt, die kommt ja nicht durch die E. Wir müssen uns einfach nur absprechen, wir haben vier Es und dann ist die erste schon wieder ab. Wir zeigen uns aber wieder nicht. Wir sind Sneaky-Leavers. Theoretisch haben wir dauerhaft diesen E-Schild, weil wir sind ja vier Leute. Ab wann brauchen wir hier die Geschwindigkeit? Der erste drücke E, dann der zweite, dann der dritte. Am großen Tor. Oh, es hat einen legendary. Genau, ab dem großen Tor auf den Punkt lassen. Warum hast du legendary? Ich fang mit E an. Oh, der Guardian ist immer noch im Gegner-Team. He he, der freut sich gleich wieder. Wo gehen wir denn durch, durch die Mitte? Ja, ist kürzer. Wenn wir das echt absprechen, dass wir nacheinander alle diesen Schild aufbauen, hat der erste den schon wieder und dann haben wir wieder ein Schild, da kommst du locker durch. Ich fange an. Ich will da einen legendary-Skin, gib ihn mir. Verschwind? Guardian ist raus. Jetzt wissen sie nicht mehr, was ihnen passiert. Wie ihnen geschieht. Der hat bestimmt einen von uns gesehen oder so. Ich wollte grad sagen, der hat's gesehen und der hat gesagt, no way, never. Wir laufen ans Tor und fliegen links oben durch das Loch. Ich seh nichts von lauter fetten Divas. Alle oben durchs Loch. Alle oben. Speedboost. Ich höre nur die Glocke läuten hier. Leute die Glocke. So, mal ein bisschen heilen hier. Sind hier überhaupt Gegner? Ach da. Ja. Ja, überall so. Ich hab keine gesehen. Und direkt weiter. Und schnell, links rum, links rum, links rum. Ich hab meinen Roboter grad nicht. Bleib versteckt. Zu spät. Sorry, Shibi. Ich war schon auf dem Weg grad aus. Okay, seid ihr schon da? Ja. Die warten hier schon. Die drei Bastis. Die drei Bastis. Deathboost! Wenn ihr euch hier hinstellt, wo ich stehe, treffen die euch nicht. Die Bastis. What the fuck? Aber ehrlich, wenn du das ins Gegner-Team hast, dann ist das so zum Gotzen. What? Ich? Was hab ich denn jetzt schon wieder getan? Es gab keinen einzigen Kill, glaub ich. Doch, es gab ein paar Elemente. Ich hab drei Kills. Also ich hab vier. Ich hab vier Kills. Ich hab auch vier. Ich hab fünf Kills. Ich hab einen. Und mit 850, Thomas. Schadengold. So, jetzt müssen wir das countern. Sechsmal Bastion in den Punkt stellen. Und nein, nicht. Fünfmal, was wir noch eins mögen. Die sind alle raus. Alter, ich würd ja auch kotzen. Also ganz ehrlich. Es ist halt traurig. Es gab auch das 1555 Punkte. Aber ich sag's dir, in der Open Beta hatte ich ein Gegner-Team mit fünf Tracern. Das war so, what the fuck? Ja, es ist halt schade, oder es ist traurig, dass es funktioniert. In der ESL verbieten sie das. In der ESL darfst du...